Ein UFO! Wow, das ist so gut, nicht? Wow, das sieht gut. Es ist auch ein Ries und ein, ein Quattro. Scheiße, das ist ja weit oben. Sehr weit oben, he? Wow, scheiße, so weit. Oh mein Gott, wie viele Meter sind das? Es steht sicher auf der Gebrauchsanweisung. Wow, das ist einfach ein cooles Ding. Oh, es ist ein richtiges Loopingsee. Ja. Looper. Ich komme zur Kamera. Wow, du war so nett. Oh, das ist ein guter Quattro. Oh mein Gott. Oh, wow. Das ist ein guter Quattro. Oh. Ich bin hier im Dunkeln. Das sieht mich gar nicht. Jetzt sind wir noch in einen Baum hineingefahren, ziemlich weit weg und mich seit Mal gar nicht. Tschüss, hoffentlich hat er überlebt, ziemlich weit weg und Sterne und alles da. Tschüss. Noch. Vielleicht sind die Batterie bald tun, aber er lebt, genau. Es sieht aus wie ein Info. Ciao. Oh, kann er noch weit fahren. Die Batterie ist noch nicht leer. Wenn es jetzt kaputt geht, dann kriege ich es auf den Kopf. Tschüss. Tschüss. Ein Ufo. Wow, das ist so weg, innit? Wow, es läuft gut. Es ist auch ein und ein. Ein Quattro. Tschüss, das ist ja weit oben. Sehr weit oben, hä? Wow, scheiße, so weit. Oh mein Gott, wie viele Meter sind das? Steht sicher auf dem... Wow, Gebrauchsanweisung. Wow, das ist einfach ein cooles Ding. Oh. Hat er einen richtigen Loop gesehen? Ja. Super. Ich komme zur Kamera. Wow! Oh, so schnell! Oh, wow! Und ein hittes Weg! Oh mein Gott! Oh, wow! Das ist ein guter Quattro. Oh! Oh! Vielen Dank. Ich bin so glücklich, dass ich das erleben kann. Und die Schaffmutter hat eine Brust, das habe ich nicht gewusst. Die Geissmamas haben vier, also den grossen Euter, oder? Und die Schaffmama nur eine. So lustig ausgesucht, ich habe gedacht, sie hat die Euter gar nicht gefunden. Und die sind so schön da zum Resseln. Und die haben jetzt ihren Staubsauger, alle Gras, abgefressen. Das ist von gestern, habe ich verschoben. Und jetzt guck mal das an. Ein Tag. Die haben es genossen. Hoi, gehen Sie wieder rein? Ja, sonst kommt der Fuchs oder der Marder, der gräbt sich da unten durch. Und dann habe ich die morgen nicht mehr. Die Zeit ist jetzt schlimm, weil sie haben nach Babys, Fuchsbabys. Deshalb sind sie sehr am Suchen und nehmen alles, was sie können. Okay, jetzt nehmen wir sie rein. Tschüss. Das ist die Transportkiste. Das ist die Transportkiste. Das ist die Transportkiste. Das ist die Transportkiste. Bis dann. Tschüss. Tröwlich war. Tröwlich war. Tröwlich war.